heiho und willkommen zurück mein lieben rollenspiel strategie spiel und zwergenfreunde zu spellforce die order of dawn ja wir sind immer noch in vaterzheim sollten uns erstmal noch mal ordentlich umsehen alles aufdecken was jetzt wieder zugedickt ist ja und sind immer noch auf der suche nach splittern während wir mit eisen kein problem haben ist unser holz alle was jetzt nicht ganz so praktisch ist und hier wäre holz aber das ist zu nah dem lager unserer verbündeten hier und ja wir wollen ja nicht den im weg stehen ja hier ist pria wolfs elite unterwegs das war ein lauter wolf und ich muss mal gerade kurz gucken für die erdenklinge brauche ich zwei steine des ewigen feuers davon habe ich gerade mal zwei soja wir müssen noch dieses lager ausräuchern dadurch haben wir dann alle lager der seite aus gelöscht also dem bereich hier können uns ja mal unsere orks schnappen das hier auseinander nehmen während ich doch am überlegen bin ist was wie viel kostete das mittlere haupthaus 200 ja okay wir haben nur keinen platz dafür ja doch hier hätten wir platz ja schon gut dann braucht es mal da hin hier ist auch ein stein okay hier ist ein typ mit dem wir reden könnten da ist die pria wolfs elite ein lager der roten legion wo sind die gegner erstmal alles zurückziehen aus dem lager scheinen sie nicht allzu sehr zu strömen dafür kommen von oh da oben ganze truppen schwärme und auch von hier kommen truppen ja dann würde ich sagen mehr schwer träger oh aber auch die rote legion sitzt wieder zu einem angriff an wird aber wahrscheinlich an der wolfselite jemalig krepieren ja 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 da wird's lustig ich rieche blut ja da wird's lustig ich bin schon auf halbem weg vorwärts mit dem klan so noch ein paar mehr totems auch da da rennen sie jetzt zum angriff sogar die da rennen zum angriff halten wir mal die totems zurück ein gegenangriff klan brüder zu mir krieg was tun wir befohlen ein gegenangriff vorwärts vorwärts hintergrund ich rieche blut ich rieche blut tot den feinden so dann verdrechen wir doch die fernkämpfer hintergrund was liegt an tu er wie befohlen wir haben den speerkämpfer verloren oh hier sieht's aus als ob sie auch ordentlich angegriffen wurden also ja meine verbündeten oh ja da kommt noch ein angriff ja da oben ist auf jeden fall ein lager also nachdem wir das hier ausgemärzt haben sollten wir auf jeden fall hier rum gehen und hier oben das lager auch zerstören ich weiß halt nicht ob truppen aus dem hauptlager strömen können ich ruhe blut lauft wo sind die gegner das lager da ist zum glücklich stark bewacht wacht lauft rau schon auf halbem weg den da kann ich mich zu machen reist ihr mal hier den belagerungs äh den verteidigungsturm ein die meinen es ernst für den klan für den klan für den klan klan brüder zu mir was liegt an tue wie befohlen ok das ist ein bisschen doof entdeckung krieg die meinen es ernst wo sind die gegner zu den waffen krieg was liegt an nicht zurückweichen die linien müssen halten was liegt an und ja solange wir durch speerkämpfe nicht zurückweichen sollte alles gut sein für den klan standhalten männer und den feinden entdeckung nicht zurückweichen standhalten männer ein gegenangriff bin schon auf halbem weg ich rieche belohnt jawohl krieg lauft was wir tun wie befohlen so versappelt euch mal alle oh da kommt wieder ein angriff von dort zu den waffen tue wie befohlen wo sind die gegner so das war das lager jetzt müsste ich eigentlich locker hier unten rein kommen und kann dort den seelenstein aktivieren oh was ist hier oh eine menschenstatue auch gut und von da kommen auch noch mal gegner mhm jawohl wo ist hier 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 da versucht es wieder die rote legion mit drei äumeln Stand halten, Männer! Tod den Feinden! Nicht zurückweichen! Nicht zurückweichen! Vorwärts! Auf mein Kommando! Und los! Krieg! Tod den Feinden! Zu den Waffen! Oh, da kommt gleich noch, ne? Oder gehen die auf... Ne, die gehen auf die da oben los. Das ist auch gut! Das ist auch gut! Und ja, hier wäre noch Holz, das ich nutzen könnte, theoretisch. Das ist auch gut! Das ist auch gut! Das ist auch gut! Das ist auch gut! Das ist auch gut!